Das ist nur ein 32er-Server. Ja. Aber die haben große Maps drin. Keine Ahnung. Ja, 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 ja! Das war für ein fetter Panzer. Das ist auch ein fetter Panzer. Der findest du wahrscheinlich so witzig. Der hat mir eine Deckung zerfossen. Der hat mir jetzt schon gegeben, der Arsch. Ist da eine Tür irgendwie? Oh nee, da kommt einer draus. Der ist ja auch pisse, ehrlich. Muss mal außen rumlaufen. Alter. So. ja die nehmen a ein ja jetzt steht von der anderen seite haben wieder in dem gang alter Alter Aber hier so ein scheiß Visier drauf Ja Ja Ach man, ich hatte gerade eben ne Killstreak von etwa Keine Ahnung, 20 Kills Nee, was laber ich da? Acht Kills nacheinander So übelst Da war im Gang, da haben die nicht drauf geschaut Wer da so entlangläuft Ja, der haben wir, ne? Na ja, kann er den nicht schneller töten, dieser Hurensohn Irgend so ein dummer Mitspieler Echt, er kann nichts Schräg Spastier, echt Ja, der haben wir Mann Hm Wir haben gerade das Einbanzier neutralisiert Auf uns Ja Wie soll die Granate durch die Wand gehen Mann Die Wand ist doch nicht mal eingestürzt und ich sterb dadurch Hauptsache, ich sterb Oh, zum Glück hab ich zwei geficker Geschieht euch recht Missgeburt Das sind wieder so Möchtegern-Player 56,7 Oh, bei D hinten Puma, pass auf, da sind diese Leveler Puma, pass auf, da sind diese Leveler Ja Ja, ja, ich sterb nur wegen den hässigen Hurensohn Hässige Pisser Na klar Alter Ja Level 56 Hurensohn, Alter In einem Spawn killen In einem Späte In einem Spawn chrater Mit einer Es geht Entschwürf In einem Späte Das war Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ja, 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 ja! Ja, komm, fick dich, wetten, das war Level 50, wetten! Aber was war da, ne, da war noch einer dabei, hat die ganze Zeit auf mich geschossen, du Bastard, echt. Hinter uns! Ja, da ist der Level Dings, warum sie Spaßt. Er kommt von hinten. Ja, ja, komm, ey! Immer diese Hurensöhne, jetzt hat er seinen kleinen Spaß, weiß, mit seiner OP-Waffe. Immer dieses Scheiß-Wernsohn. Ja, ja, komm, ey! Was ist das? Naja, warte, was war das? Spawned einfach bei mir, ich bin hinten bei A. Jetzt gibt's hier Drive-Ball. Ja. Dieser Level. War bei mir gerade auch. Ja, ja. Ganzes Magazin drauf geballert und der überlebt's. Ja. Oh ja, schlägt mal. Der hässiger Bastard. Achtung, das Eintracht-Ziel wurde neutralisiert. Komm! Oh ja, das Messer braucht ja erstmal ein 20. Na egal, Level 1. Guck mal, kein, oh, kein Schuss trifft. Oh, das nennt ich mal, das nennt ich mal richtig Glück. Hier wohnen hat der Spass da, Mann, ey. Oh. Irgendwann schießt auf mich. Ja, dein Mieter. Ich bin tot. Wetten, die Granate geht durch die Wand, ja. Entschuldigung. Es regnet. Die nehmen D schon wieder ein. Was ist ja Wundervoll? Noch gemessert. Er hat sich nur auf Puma konzentriert. Auf seinen Zuckerarsch. Baller um dich herum. Nachladen. Hier, das Granaten. Steigt jetzt auf. Na, der lebt noch. Ich hab ihn. Ich kann das Teil reparieren. Puma. Spass. Wollte ich grad wiederholen. Fahr das Ding mal vorne in den Eingang. Oder wollen wir hier bleiben? Bleiben wir mal hier. Ich glaub, die kommen jetzt alle. Ich versuch mal ein Driveball. Besser für mich. Dann, da kommt nämlich ein Panzer. Viel Spaß. Tschüss. Wirf. Ja, genau. Danke. Wir, rund um Glücklich Paket. Ist fast die Geburtstag. Aua, ich werd beschossen. Dann gehen wir mal an die Seite. Ich hätte mal was für die OMP holen sollen. Dann gehen wir mal an die Seite. Wo ist der? Da hinten. Aua. Ich seh den nicht. Er pustet da so ins Mikro. Von rechts. Von rechts, Puma. Dann war es gesnipend. Jaaa. Ich bin gesnipend. Ich bin gesnipend. Ich bin gesnipend. Jaaa. Jaaa. Ach, Schalldämpfer. Wir nehmen den Durchgang schon wieder ein. No, Level 7. Ist ja mal ganz schön brutal der Typ. Mit seinem Level. Alter Jeeeeee Jetzt sind die schon wieder bei A, willst mich verarschen? Ja, das sind auch die Level 100, ja Oh, von rechts Hab ich Ich greife an! Runter! Runter! Nein! Jetzt mal Seitengang nehmen Ja, ja, der wiederbelebt mich doch Der wiederbelebt mich ganze Zeit, weil ich sterbe Alter Da hab ich schon wieder so'n Adlerspast Bei dir ist ne Arschkrampel im Humvee Ein Arschkarpfen? Ja, ein Arschkarpfen Er nuckelt dir mal ne Rosette rum Ja, das ist verwiderlich, ganz ehrlich Ist mir doch egal Hinter mir Hinter uns Ach mann! Auch schon wieder dieser hässige Hurensohn Hey, der hat doch nix besseres zu tun Tch! Dumme Spass, der echt! Ach, schleck mich spawnen jetzt mal Tch! Ja, ja! Ja! Ich hab alle Mein ganzes Magazin auf den drauf gehalten Ja, der bewegt sich noch dazu, weißt Und was passiert? Nichts, der hat keinen Schaden Ey, das ist... Ich sterbe immer wegen so nem unnötigen Scheiß Ich hab noch Schaden zu geben Oh, ich hab drei Stück getroffen Mit der Granate Alter Oh, da ist der Panzer Oh komm, ich kann mit Stroh zünden Hatte ich auch gerade einer mit dieser Automatik da umgeklatscht? Hm Loh, ich hab wieder drei Stück getroffen Mit der Javelin Ich brauch mal Hilfe hier bei A irgendwie, wenn möglich Nimm bei B Nimm's echt ein paar rein Oh, mein Arm pinnt schon wieder ein Guck der! Genau der da Puma! Hier ist das Medikin! Der hässige Hurensohn, ganz ehrlich Jaaa Der frisst nichts Ach, endlich Ein, zwei, drei Eins, zwei, drei Genau, ich hab dieses komische Nachtsicht Ding freigeschaltet Genau, ich hab dieses komische Nachtsicht Ding freigeschaltet Ja, ich hab das nicht Ja, ich hab das nicht Ja, ich hab das nicht